Elex 2 stellt im neuen Combat-Trailer die Kampfabläufe mit Waffen und Magie vor. Außerdem könnt ihr das Spiel nun vorbestellen. Neue Eindringlinge sind in Magalan und warten nur darauf, dass ihr euch eure Rüstung schnappt und sie endlich aus dem Weg räumt. Piranha Bytes zeigt hier, welche Optionen Jaxx da zur Verfügung stehen. Egal ob Pfeil und Bogen, Schwert und Schild, Sensen, Magie oder eine einfache Metallstange. So werden eure Begegnungen wohl im zweiten Teil der Fantasy Science Fiction verlaufen. Natürlich zeigt der Trailer auch die neuen Bedrohungen. Die Fraktionen, denen ihr euch anschließen könnt, haben wir bereits an einer anderen Stelle besprochen. Auch ein wenig vom Kampf in der Luft durch das neue Jetpack wollte uns das Studio im Trailer zeigen. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass ihr Elex 2 nun endlich für $44,99 statt $49,99 bis zum 1. März vorbestellen könnt. Die Links dazu findet ihr unten im Artikel. Der Inhalt der Collectors-Box für $149,99 wurde ja bereits im November bekannt gegeben. Elex 2 ist ein heiß erwartetes Rollenspiel in 2022 und erscheint am 1. März für PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X und S und Xbox One.